Musik 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 Guten Morgen, herzlich willkommen zum heutigen Vlog, bzw. Teil Vlog Ich werde heute nicht wirklich vloggen Weil heute 24. Äh Trotzdem ein kompletten Video Und Weil auf dem Strand Der ist komplett top eben Und wenn es top eben ist Hat man keine Sachen An dem man Größen abschätzen kann Und deswegen kann man wunderschön mit Perspektive arbeiten Und das machen wir jetzt zusammen mit diesen Objekten Und Die Objekte müssen jetzt Da rein Oh, und die Kamera hat das irgendwie nicht geschafft Mann Egal, wir gehen da mal jetzt zum Strand Und äh Ich weiß nicht, ob ich da was sagen werde, weil Ich hab keine Ahnung, ob man es hört Ich weiß nicht, ob man es gehört hat Es ist Arschwindig Musik 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 So Leute, so Leute, wir sind jetzt Angekommen hier So krass windig, ihr hört das gerade nicht Weil wir hinter ne Düne heben Wenn ich die Kamera mal einen halben Meter höher hebe Ich hoffe, das hat man jetzt gehört Er durfte nicht Und jetzt hoffen wir, dass Diese Regenwolke da sich trifft Und ich hätte mir gearscht Und zwar sehr Und jetzt versuchen wir in die Richtung raus, Fotos zu machen Musik Das springt ja aus Musik Kommt was näher Meine Zau Musik Das ist was für mich heute Das war sehr gut Ha Jetzt noch Wett also Musik 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 Okay, Toni hat mir gerade gezeigt Dass ich, äh, beziehungsweise Ich hab gerade von dem Vlog, den ihr heute gesehen habt Beziehungsweise der heute gekommen ist, ähm Von gestern Äh, gezeigt und Toni Schimmeln In den Dünen Ich hab mir so, fuck Ich hab Schimmeln und nicht Schwimmen geschrieben Das heißt Jetzt muss er erst noch Ein bisschen Render Und ganz schnell hochladen Aber das sollte ich nicht schaffen, weil ich noch zwei Stunden hab Und der Upload hier geht so Schnell Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hab Ich hab die Ein bisschen Ich hab die Hände Ich hab die Ich hab die Ich hab die Worte Ich hab die Hände